so und herzlich willkommen hiermit zu einer runde main war der ist ja naja neu kann man ihn schon nicht mehr nennen ich habe mal wieder verpennt dazu so ein video zu machen ich dachte auch erst dass er nicht so geil ist der modus ja jetzt irgendwie habe ich ein paar runden gezockt und eigentlich gefällt mir wirklich ist wirklich nice dieser modus allerdings habe ich gerade gar keine truhe gefunden was ein sehr großer nachteil für mich ist auch jetzt bin ich hier in der base von blau und keiner von denen checkt dass ich hier so gegen die weg nie bin ach scheiße ich kann hier einschlagen so ich habe drei kills also drei kills gegen einen tod so viel blau ist jetzt schon von dem leben her weit unten wir sind nur noch mit oben dabei also ist alles gut so holen wir uns mal den typ da aus der mitte von den gelben so dieser typ ist komisch ich habe gerade auch meine maus ein bisschen behindert gehalten muss man dazu geben aber der hat mir von unten wuthits ausgeteilt die selten so kassiere sagen wir es so und der war schon wieder in der mitte der typ selten so gelacht leute ihr seid so scheiße ne fuck ich dachte ich entkommen man jetzt sind wir relativ weit unten von dem leben scheiß dreck und da hinten gammelt wieder ein gelber in der mitte rum wieder mal der alexander dieser alexander der ist komisch ok wir haben jetzt richtig ach da ist ein eisenschwert lol leute entchant erstmal save so wir haben jetzt ein eisenschwert der entchantet ist hoffen da ist flame drauf jawoll nice nein holy fuck nein 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 ich habe guten stuff den darf ich jetzt keinesfalls verlieren gut wir haben hier wieder ein eisenschwert okay erstmal mein team jetzt bescheid gesagt Das ist hier was überhaupt, was ich nicht einsammeln kann. Einen Schuss und ich bin down. Einen Schuss und ich bin down. Ok, it's reloaded ist ganz gut. Gehen wir schonmal Slash Sub Shop ein. Und tun uns hier vier weitere Gapples. Ein weiteres Rüstungsteil wird mir mal ganz gut tun, um ehrlich zu sein. Wir haben wirklich guten Stuff. Den Kill hat uns keiner geklaut, gut. So. Den Halbo-Dunkel-Skin. Das ist mein Kill. Genauso wie Eieiei, da oben kämpfen. Typ. Von Brüllen. Okay, Leute. Wir haben... Wir haben noch... Wir haben gar kein Leben mehr. Wir dürfen gar nicht mehr sterben fällt mir gerade auf. Fuck. Und grün hat die Mitte. Fuck, er hat Flame. Fuck. Fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. Wir müssen die jetzt noch irgendwie machen. Wir müssen denen Stück für Stück ihre Leben ziehen. Okay. Hier sind beide Roten. Hier sind beide Roten. Very nice. Very nice. Okay. Okay, Leute. Wir können jetzt einmal in die Mitte unserer... Nein, können wir nicht. Fuck, it's reloaded. Wird sterben, ja. It's reloaded ist so gut wie tot. Also, es ist nix mit Enchanten. Was? Fuck, Alter. Was gibt's denn da noch? Okay, nice. 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 Terrace. Er ist full Iron. Da fuck. Wo ist sie? Okay, deswegen sind sie 4-8 hier mit. Wirdisch nice. Gut. Dann haben wir Oda getroffen. Ich hab nicht genügend Level, fuck. Okay, Leute. Okay, wir haben die so gut wie down. Nice. Zwei verbleibende. Die werden zwar guten Stuff haben. Aber wir haben auch guten Stuff. Von daher. Erster. Zweiter. So. So. Und. Der. Ernt'n Dia-Schwert. Oh. Wo sind sie? Da. Den machen wir aber easy. Oder auch doch nicht easy. good game okay wir haben gewonnen nice gg ja das war die Runde mine war ich hoffe es hat euch gefallen und ja ich würde sagen bis zum nächsten mal und chill mit dem